Also im ersten Moment hat es mich schon ein bisschen zerhauen, muss ich sagen. Du wirst da 1000 Meter mit begleitet, bis es über die Ziellinie geht und dann kommt ein riesen Aufatmer, das kriegst du so mit. Ich habe eben auch gemerkt, dass es mir persönlich total gut tut. They keep on saying, we'll find your straight way, 24 hours a day. Clemens Wickler, Beach Volleyball. Tolle, zwei Blocken von der Deutschen, aber die Russen kommt immer wieder zurück. Und der Ball ist runter, der Freude ist auf. 18 zu 16. Und die deutschen Fans schreien mit Freude. Also im Team Tolle Wickler gab es sogar mehr als eine Änderung. Also wir haben neue Trainer bekommen, neues Trainerteam, haben jetzt ein neues Trainer gespann mit Thomas Kaczmarek, Jürgen Wagner. Aber dann die entscheidende Änderung, sagen wir mal, dass aus Tolle Wickler nur noch Wickler am Ende war. Dass Julius nach, ja hat sich die Entscheidung natürlich nicht leicht gemacht, aber nach längerem Überlegen dazu gekommen ist, dass er nicht mehr im Leistungssport aktiv sein will. Was die Hintergründe waren, war vor allem, dass ich große Lust hatte und immer noch habe, vertieft in mein Jurastudium einzusteigen. Das ist ja doch ein bisschen spezielles Studium mit sehr, sehr hohen Anforderungen. Ja, also im ersten Moment hat er mir gesagt, dass ich sehr überrascht sein werde, was jetzt kommt. Und dann habe ich es mir direkt in den Kopf geschossen, entweder wendet er seine Karriere oder er will mit jemand anderem spielen. Aber das konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, bin am Ende zu der Entscheidung gekommen, weil ich nicht mehr ganz geglaubt habe, dass ich den Profisport mit 100 Prozent und voller Hingabe ausüben kann. Das war immer die wichtigste Voraussetzung für den Clemens und mich und sicherlich auch der Grund für die sehr, sehr positive Entwicklung von uns in den letzten Jahren. Es ist erstmal sehr cool, wie das alles angefangen hat, weil wir schon bei Null gestartet sind, sagen wir mal. Wir mussten uns durch Country Quota, das ist noch quasi die Vorstufe vor der Qualifikation für Turniere, mussten wir uns erst durchspielen. Dann Qualifikationen von kleineren Turnieren, da ins Hauptfeld, darüber dann ins Hauptfeld von großen Turnieren. Und dann haben wir eine deutsche Meisterschaft zwischendrin gefeiert. Unser größtes Highlight war sicherlich unser Vize-Weltmeistertitel in Hamburg vom Halbpublikum beim Finale. Und im Halbfinale auch mit 12.000 Leuten das Stadion komplett gefüllt. Schöner kann man es kaum haben. Da hatten wir wirklich großes Glück. Und ja, dass es dann auch noch in dem Team hier soweit ging, das war wirklich klasse. Und dann uns für Olympia qualifiziert, wo wir dann letztes Jahr den fünften Platz machen konnten. Also wir hatten auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit und konnten auch sehr erfolgreich zusammenspielen. Also für mich war sofort klar, nachdem Julius nicht mehr oder gesagt, dass seine Karriere beendet, mit wem ich spielen möchte, dass es da in meinen Augen nur noch den Nils gibt. Der, ja, ein Blocker ist, der auf einem ähnlichem Niveau unterwegs ist wie Julius. Und mit dem ich die Ziele, die ich mir selber gesteckt habe, auch weiter erreichen kann. Und das habe ich dann erst mit unserem Trainerteam natürlich überlegt. Und mit denen wollte ich das, oder macht man halt so, spricht man mit den Trainern ab, was so deren Gedanken sind. Aber alle hatten den gleichen Gedanken, dass ich auf jeden Fall Nils fragen muss. Und es ist dann auch relativ bald passiert, dass ich ihn angerufen habe und eben gefragt habe, ob er mit mir spielen möchte. Ja, wir sind ja beide nach Hamburg gekommen, eigentlich vor vier Jahren, für die Zentralisierung damals. Und seitdem kennen wir uns. Wir haben oft miteinander trainiert, oft eben auch gegeneinander. Und jetzt ist es soweit, dass wir auch mal gemeinsam auf einer Feldhälfte stehen. Außen. Man braucht ein dickes Fell, was so Hotelzimmer-Ordnung angeht. Der Clemens, der lässt immer alles rumliegen. Er ist so ein bisschen schludrig. Das ist, glaube ich, das schwierigste Thema, was Nils bewältigen muss. Ansonsten ist der Clemens eigentlich ganz fehlgeleicht. Also jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, der Clemens ist ein absolut etablierter Weltklasse-Abwehrspieler, der auch ein super entspannter und umgänglicher Typ ist. Deswegen mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Wir kennen den Nils ja auch gut, der war ja unser Haupttrainingspartner eines der anderen Nationalteams in den letzten Jahren. Und ist auch ein super Typ und bin davon überzeugt, dass die beiden sich schnell finden werden. Oliver Zeidler, Rudern. Mein Großvater ist nach dem Training vorbeigekommen, was es natürlich auch nicht so besonders ist, weil normalerweise ist auch viel hier mit meiner Schwester unterwegs. Ja, Olli, einmal andersrum jetzt. Etwas bequemer als selbst zu hudern. Mal auf dem Wasser gefahren werden. Ist lange her, dass wir das Gesetz mal gemacht haben. Ja. Ja, ist sehr beeindruckend natürlich, wenn man sich das so vorstellt, was hier an dieser Strecke passiert, wo es ja sonst doch immer sonst sehr idyllisch während dem Training ist, würde ich sagen. Was da auch abgegangen ist vor 49, jetzt bald 50 Jahren. Ja, ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie das hier 72 aussah zu den Finalläufen? Also in meines Jahr, dass hier überall Menschen standen auf jeden Fall. So ab 500 Meter oder noch weiter weg. Du musst dir vorstellen, die ganze Tribüne hier, einschließlich des Grundstreifens da vorne, das war ja auch früher noch Tribüne, war alles voller Menschen bis zum 1000 Meter Turm. Bis 1000 sogar. Ja. Und das reichte dann nicht aus. Dann haben sie hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite hier, die Zäune geöffnet und haben dann die Menschen da reingelassen. Da war auch noch mal bis 1500, 1250 Meter etwa alles voller Menschen. Dieser ganze Hügel stand da voll. Also ich habe das nie wieder erlebt bei einer Ruderveranstaltung, dass so viele Besucher da waren. Das waren rund um die 45.000, hat man damals geschätzt. Der damalige Eindruck war natürlich gigantisch. Als wir als Sportler hier angereist sind und auf diese Anlage kamen, so etwas hatten wir vorher nirgendwo auf der Welt erlebt. Eine Riesentribüne, Bootshallen, eine Wasserqualität, die seinesgleichen sucht und heute noch natürlich nahezu Trinkwasserqualität hat. Also das war für uns Ruderer, möchte ich mal sagen, ein Traumstart hier. Als wir dann hier das Rennen entfuhren letztlich, ja so ab 750, 1250 Meter vor dem Ziel, hat man schon die Rufe Deutschland, Deutschland gehört. Da waren ja damals zwei deutsche Boote am Start, das DDR-Boot und wir aus der Bundesrepublik. Die fühlten sich dann natürlich genauso angespornt, wie wir das. Und es war ja auch von vornherein klar, dass es zwischen diesen beiden Booten die Goldmedaille ausgefahren wird. Wobei wir ziemlich sicher waren, dass wir das Rennen hier machen, trotz Bahnbenachteiligung damals. Wir fuhren hier auf der Bahn 5 und die DDR drüben unter Land unter der Tribüne auf Bahn 1. Und wir hatten dann etwas seitlichen Gegenwind und die hatten natürlich da auf dem letzten, ja kann man sagen, gut 500 Meter fuhren die voll im Windschatten. Und wir hatten natürlich auf der Bahn 5 hier voll den Wind drin. Aber wir konnten uns dann trotz allem behaupten und haben das Ding dann sicher nach Hause gefahren. Ja gut, das ist natürlich ein erhebendes Gefühl, wenn man dann seinen eigenen Enkel oder vielleicht bis dahin zwei sogar hier am Start hat und blickt dann mal 50 Jahre zurück. Was war damals und was ist jetzt heute? Ja, also ich wünschte mir, dass du dann vielleicht eine ähnliche Kulisse erleben wirst. Wäre natürlich toll, 50 Jahre nach Olympia. Ja, also ich möchte natürlich hier ein möglichst gutes Ergebnis vor der Home Crowd abliefern. Ich bin ja amtierender Europameister und den Titel, den würde ich auch sehr gerne hier in München verteidigen. Ich habe heute eine Yoga Session mit euch gemacht und ja, also ich habe da eigentlich nicht so ein festes Programm gemacht. Sondern ich finde es auch schön, immer mal wieder neue Abfolgen auszuprobieren. Ich mache jetzt schon länger Yoga, aber so seit eineinhalb Jahren wirklich regelmäßig. Und ja, es gefällt mir einfach wirklich richtig gut. Also beim Laufen werden natürlich auch viele Muskeln, aber halt immer die gleichen Muskeln angesprochen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, dass man dann eben auch mal feste Muskeln kriegt, dass man Muskelkater hat. Und dann ist es halt natürlich wahnsinnig gut, wenn man dann als Gegenpol auch einfach mal bewusst genau diese Muskulatur auch dehnt, damit diese verkürzte Muskulatur sich wieder ein bisschen entspannen kann. Ich bin natürlich jetzt wahrscheinlich nicht geboren für Yoga. Ich bin natürlich sehr groß und auch nicht supergelenkig. Deswegen begnüge ich mich meist mit den Basic-Übungen. Aber ich finde es eben toll, dass ich auf der einen Seite diese Dehnung habe und die Beweglichkeit, auch gerade in der Wirbelsäule und Hüfte, die natürlich sonst oft zu kurz kommt. Und dann auf der anderen Seite auch diese mentale Entspannung, weil wir sind natürlich einfach immer sehr angespannt. Man möchte jedes Training sein Bestes geben und es ist auch oft sehr anstrengend und herausfordernd. Und deswegen finde ich es dann super toll, so als krassen Gegensatz, dann mal wirklich extrem langsam und lange in den Übungen zu sein. Und ja, ich schaffe es mittlerweile wirklich, dass ich dann auch die Zeit mal an nichts anderes denke. Tatsächlich kann ich auch beim reinen Dauerlauf auch mal ganz gut mental abschalten. Also auch da klappt es ganz gut. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man in Ruhe und in Stille versucht, an nichts Besonderes zu denken. Also dann musste ich auf jeden Fall erst mal lernen. Und ich kriege es auch nicht immer hin. Also es ist auch mal so, wenn man weiß, oh je, jetzt muss ich dann direkt los. Oder heute ist ein stressiger Tag oder da steht mir was Wichtiges bevor. Dann ist es natürlich schon sehr schwierig, da abzuschalten. Aber das eine oder andere Mal kriege ich es wirklich gut hin. Auch eben dieses Reinkommen in die Yoga-Praxis und auch wieder das Rauskommen, habe ich am Anfang gar nicht so für wichtig erachtet. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch nochmal ein wichtiger Teil des Ganzen, damit man sozusagen auch wirklich ganzheitlich von dem Programm profitiert. Profitiert!